Einen wunderschönen Freitag guten Morgen, meine Destiny-Freunde, dass ihr es nicht gerne werden möchtet. Jetzt wieder euer DJ Mixur in Destiny 1. Er befindet sich unten bei der V-Haut im Turm. Er hat dabei diese Woche für uns schwere Waffen in Kram, dann Waffen von Alpha Lupi, Superzeugen zusätzlich Sphären. Dann haben wir noch die Symbiote, goldener Kanon, erhält einen zusätzlichen Schuss. Dann haben wir noch die Schleier, Sofortregulation von Gesundheit. Und dann haben wir noch die Drachenarten, wo man früher artiger und von der Platte schubsen konnte. So, das war es in Destiny 1. Ich freue mich auf Destiny 2. Und wenn ihr gerne dabei sein möchtet, heute Abend spielen wir ein bisschen Krota. Wir werden zwar keinen Run machen, aber wir werden auf jeden Fall reinschnuppern. Euer DJ, haut rein.